Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang wird Ihnen präsentiert von M-Plakat. Ich begrüße Sie heute ganz herzlich in Dachau auf der Festwiese zusammen mit dem Festreferent. Bier gibt es erst am Samstagmittag oder wann zapft Sie an? Genau, da ist ja zuerst um ein Viertel nach elf, gehen wir oben am Rathausplatz weg. Da ist dann unser historischer Zug mit sehr vielen Vereinen. Und dann um zwölf, ich werde vom OB an zapft. So als Referent muss man wahrscheinlich je nach dem Dose, oder? Ja, also ich bin eigentlich schon jeden Tag da in der Früh, schon so ab 10 bin ich meistens vertreten. Da schaut man halt dann, ob irgendwas Besonderes mit den Schaustellen ist, oder hat sich irgendwas am Abend noch verändert. Und dann haben wir natürlich schon auch Programme. Also wie gesagt, am Samstag ist der Einzug, am Sonntag der Kinderfestzug, am Montag ist der Seniorentag. Da kommen die ganzen Dachauer Senioren. Das wird dann mit dem OB dann eröffnet. Am Dienstag ist dann der Feiertag, da wird es wahrscheinlich so ein bisschen zugehen. Dann ist am Mittwoch der Kindertag und der Behördentag. Dann ist am Feiertag ist natürlich auch das Bergkriterium, das Rahlrennerts. Und da sollte man halt überall auch mal ein bisschen drauf schauen. Wie viele Aussteller, wie viele Beschicker habt ihr denn? Also wir haben immer so zwischen 60 und 80 Schausteller. Und wir haben noch, ich sage jetzt mal, noch mehr Bewerber, wie wir aufnehmen können. Und das ist auch eine bunte Mischung, wenn man schaut. Wir schauen halt immer, dass man überall was kriegt, von modern bis historisch. Jetzt sollte man vielleicht noch ein bisschen über die Traditionen, die Geschichte reden. Du bist ja ein Mensch, der sich leidenschaftlich mit alten Dingen nicht bloß umgibt, sondern auch darüber Bescheid weiß. Wann waren denn hier so die ersten Anfänger, die ersten Urkunden, wo steht denn drauf, dass der Volksfest gewesen ist? Wann ist es losgegangen? Also ursprünglich war das ja auch mal so ein Pferderennen. Das ist ja vergleichbar mit dem Oktoberfest. Das ist ja 1810 durch diese Hochzeit entstanden. Und da war ja auch Pferderennen und eine kleine Landwirtschaftsausstellung. Und bei uns kann man sagen, also die Erwähnung ist sicherlich schon vor 300, 400 Jahren mal passiert. Da war es aber kein richtiges Volkfest. Da war ein Pferderennen. Und so wie man jetzt heute die Volkfeste kennt, denke, wird das so ab 1860 so entstanden sein. Jetzt schauen wir draußen ein bisschen rum, damit Sie auch ein bisschen einen Eindruck kriegen. Ich finde es ja so nett. Hier laufen schon die ganze Zeit so Vater mit Sohn und Frau mit Kindern vorbei und dann schauen Sie, ob die Plätze ja da sind, dass sie geserviert haben. Und dazu sehen wir uns dann gleich wieder. Sie suchen sich jetzt schon die Plätze aus, oder? Ja, haben wir eh schon. Ja, haben wir schon geserviert. Und jetzt wollen Sie schauen, ob es frei ist, oder? Ja, weil es zu selten ein bisschen anders aufgebaut ist. Ich bin ein bisschen anders aufgebaut. Wann waren Sie denn zum ersten Mal da? Vor 60 Jahren. Wie ist es mir ernst, sind Sie dann so auf dem Tag ein Volksfest, wenn es läuft? Jeden Tag, oder? Nicht ganz jeden. Mein Mann sicher jeden und ich ein bisschen weniger. Jetzt schaut, ob es die Festzeit steht, oder? Ja, wir sind leider, also was heißt leider, wir sind jeden zweiten Tag schon jetzt seit einer Woche, verfolgen wir das, wie jedes Geschäft so einzeln aufgebaut wird. Und dann rätseln wir, was kommt da noch hin und was kommt da noch hin. Ich verstehe schon. Und was hat jetzt deine größte Aufmerksamkeit erzeugt, was möchtest du unbedingt dann in echt ausprobieren, jetzt nicht bloß beim Aufbau anschauen? Warst du das schon? Also, wie immer Autoscooter. Autoscooter. Ich liebe Autoscooter über alles. Das ist unglaublich. Also, Autoscooter, dann natürlich das Geisterhaus hier, das möchte ich auch mal ausprobieren. Oder diese Art Breakdance, ja. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie heute also in Dachau auf dem Volksfestplatz zusammen mit zwei gewichtigen Herren. Den haben Sie schon kennengelernt. Und der Herr hier ist für die Verköstigung zuständig, oder? Für die Pfanne, für die Pfanne, für die Vegetarier und für die Veganer sind wir seit 40 Jahren schon da. 40 Jahre gibt es schon Vegetarier in Dachau. Gibt es schon, gibt es schon Vegetarier. Kennst du einen? Ja, es gibt mehrere, wenn man meint. Zwei oder drei? Ja, ich glaube, sogar mehrere, wenn man meint, sage ich aber. Es gibt mehrere. Wir waren eigentlich einer der Ersten, der es gemacht hat. Da hat es noch gar nicht so geheißen, vegetarisch oder vegan. Aber wir haben das damals schon so gemacht. Ja, wenn es Ramschwammerl ist mit einem Knädel, vegetarischer geht es praktisch gar nicht. Wir haben ja einen Ramschwammerl, aber halt mit Gemüse und Baguette. Und dann haben wir halt die Chinanudeln, vegan, mit Gemüse. Oder der, der es nicht mag, kriegt Hühnerfleisch dazu. Was ist da für Sie? Ist das auch irgendwie so? Das ist Heimat eigentlich. Seit 1971 sind wir hier. Wir haben früher hier auch das Riesenrad gehabt. Aber jetzt haben wir nur noch die Pfanne stehen. Und seitdem ist das die Heimat von uns eigentlich. Wie schaut es Berne mit Personal aus? Haben Sie das etwas zurechtgeschrumpft, dass Sie es alles selber machen können? Ich habe das Glück gehabt, ich habe drei Mädchen gemacht. Und das ist mein Personal. Wann hast du ihn denn kennengelernt? Du weißt das noch. Schon lange. Da waren wir als Kinder auch schon da. Den hat es ja immer schon gegeben. Aber der schaut gar nicht so alt aus. Doch, ich bin schon so alt. Die Bäume dahinten, das waren Sträucher. Also die, die man da hinten sieht, das waren Sträucher. Und seit 1971 sind wir da. Und 72 war ja das Dachau höchstens 16 Tage, weil ja die Olympiade da war. Und dann haben sie es 16 Tage gemacht, aber dann war es kein Erfolg. Ach so. Dann war es zu lange für Dachau. Das ist nicht eigentlich mit der... Ihr macht es einfach so, dass Maria Himmelfahrt mit eingebunden ist, oder? Was ist denn da die Regeln? Also normal ist es so immer, dass der Feiertag in dieser Woche ist, wo es folgfest ist. Und das ist auch ganz gut, weil es war anscheinend früher so. Weil Dachau war ja auch stark landwirtschaftlich geprägt. Und die haben das wahrscheinlich auch ein bisschen so später gelegt, dass man dann mit der Ernte fertig ist. Und dann hat man aufs Folgfest gehen können. Ich verstehe. Haben wir praktisch der Früh noch mal her und die Kühe eingegeben? Dann ist es nach Folgfest gegangen. Also das Dreschen vom Korn, das war wichtig. Weil das hat man unter Dachs gemacht. Das ist ja bis jetzt eigentlich abgeschlossen. Gut, das Jahr hat es ein bisschen zu viel geringt. Aber normal war am Dachau-Volgfest immer abgeernt, hat man gesagt. Okay, verstehe. Aber Innovation gibt es ja nicht bei eurer Mahlzeiten irgendwas Neues? Doch, gibt es schon. Gibt es schon was Neues. Meine Tochter macht schon immer hin und wieder, gibt es da nochmal was Neues. Aber man muss sich ja an den Vertrag halten. Man kann nicht einfach machen, was man will. Man kippt das ein. Also mit Speisekarte? Mit Speisekarte, ja. Und dann wird es genehmigt. Sonst hätte jeder Bratwürst oder jeder das Gleiche. Aber hier muss ich sagen, wir haben in Dachau zum Beispiel wirklich eine große Auswahl. Also der, wo Griechisch will oder Türkisch will oder Bayerisch, haben wir alles. Also muss man sagen. Und auch das Schöne ist, wir haben hier viel Familienpublikum. Der ganze hintere Landkreis kommt alles aufs Dachau. Die freuen sich jetzt schon wieder, dass sie kommen können. Das wundert mich nicht. Und man muss sagen, und bei uns ist auch noch ein bisschen die Welt in Ordnung, auch von den Fahrpreisen und von den Preisen her. Das muss man auch sagen. Jetzt haben wir zwar unser Dachau-Bier nicht mehr, dafür haben wir jetzt ein Augustiner-Bier, aber immer noch viel günstiger als im Oktoberfest. Ganz wichtiger Stand ist immer da, wo man schießen kann. Das ist also Epps, wo ich dann, ja, aber sie lachen da drüber. Da habe ich so die ersten großen Eindrücke bei irgendwelchen Klassenkammern. Weil ich habe das schon immer gut gekannt. Wie lange sind Sie hier schon auf dem Dachau-Bierer Volksfest? 32, also meine Schwiegerleute waren auch schon da. Wo Sie jetzt gerade Dachau sind, wenn man ganz deutlich hört. Wo kommen Sie her? Langem Pettenbach. Also Langem Pettenbach? Ja. Aber dann sind Sie auch nicht gebürtiger, oder? Nein, ich bin ein Schwab. Ein Schwab? Ich finde das so nett. Ein Tartburg, ja. Gibt es bei Ihnen irgendwelche neuen Sachen? Oder ich sehe so viele farbige Plüschsäden. Haben Sie Barbie-Puppen, die man schießen kann? Bitte? Barbie-Puppen? Nein, haben wir keine. Nein, nein, noch nicht. Noch nicht, ja, ich verstehe schon. Kommt alles noch. Das wollte ich gerade sagen. Wo kommen Sie jetzt her mit Ihrem Stand? Wo war der Feuer gewesen? Wir waren in Grafenwör. In Grafenwör? Ja. Bei den Amerikanern? Ja, genau. Das ist dieser Tropenübungsplatz ganz oben in Mittelfrank. Da war der Oberpfalz. Echt? Ja. Haben Sie irgendwie Connections? Nein, nein. Haben Sie früher auch Gräner gesehen? Oder sieht man da nur Amerikaner? Alles Mögliche sieht man da. Ja, ja. Jetzt sind Sie da auch. Ja. Und freuen Sie uns schon, wenn es losgeht? Ja, schon. Jedes Jahr freuen wir uns. Freilich. Dann wünsche ich gute Umsätze. Danke, die können wir brauchen. Den kennen Sie ja, den großen Menschen da drüben. Den großen Menschen, den können wir da drüben, ja. Okay, fährt den. Wer kennt den nicht? Wer kennt den nicht? Das war zum Beispiel was, was mein Hund geliebt hat. Geeiste Rossäpfel. Und dann reinrollen. Was? Und dann reinrollen. Nein, die hat die gefressen. So ein eisigen Hund. Aber wir müssen trotzdem die Frage stellen, wo sind hier Pferde zu Hause oder wo kommen Rossäpfel her? Ja, das wundert mich jetzt auch, weil es ist eigentlich noch kein Umzug. Also beim Einzug fahren schon Pferde gesparen ich mit. Aber wo das jetzt herkommt, ist wirklich die Frage. Anscheinend haben die vielleicht... Berittene Polizei? Nein, die haben vielleicht einen Wagen gebracht mit Ross, dass die den geliefert haben für den Umzug. Achso, okay. Also, dass es vom Wagen runtergefahren ist? Nein, die Pferde haben das schon produziert. Okay, okay. Aber sonst so aus... Also heute ist normal noch kein Pferde gesparen am Platz. Es kann eigentlich bloß eine Lieferung vom Wagen gewesen sein. Verstehe. Also hier, Damen und Herren, nochmal einen letzten Blick hier auf den Autoscooter, von dem vorher schon viel die Rede gewesen ist. Ja, Police Inspector, Wahnsinn. Da sind sie immer ganz heiß drauf, die Jugendlichen, oder? Dann stehen sie rum und dann werden die Mädchen angebaggert und dann springt man rein und stößt den Gegner von der Fahrbahn. Du lachst so wissend. Hast du das auch gemacht? Ja, das hat es bei uns auch schon gegeben. Ich glaube, das war sogar schon der gleiche Schausteller. Also ich kann mich da noch erinnern, wir sind als Kinder da auch schon gefahren. Und ich denke, von der Fassade hat sich eigentlich gar nicht viel geändert. Die Scooter sind ein bisschen moderner geworden. Aber bei uns waren die teilweise noch so 70er, 80er Jahre. Ja, ja. Da war so Opel Taunus noch unterwegs gewesen oder Fabi Käfer, aber die hat es nie gegeben. Und ich komme jetzt, ich weiß auch, das waren so, 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 so. Das sind immer so richtig, so richtige Blechbüchsen halt, gell. Aber sie sind gefahren. Aber sie sind genauso gefahren, ja. Also Damen und Herren, am Samstagmittag geht es hier in Dachau los. Und dann waren jetzt auch vor Wochen lang, ist das so. Genau, das geht bis zum Montag drauf. Da ist dann der letzte Montag noch. Das ist wieder Politik. Ist auch wieder, das ist am Dienstag, da kommt der Söder. Der Söder kommt. Söder in Dachau. Ich habe ihn da zum ersten Mal politisch an Helmut Kohl erlebt. Dann wollte ich ihn interviewen, haben wir einer von seinen Wachleuten über den Tisch drüber geschmissen, weil ich nicht angemeldet war. Wahnsinn. Ja, so geht es halt. Aber ich habe dann trotzdem gesagt, okay, ich nehme es ihm nicht, Krumm, den Helmut. Er kann ja nichts dafür, dass es ihm so präsiert hat. Nein, der ist dann mit dem Auto nach Fürzen für Bruckner Flughafen gefahren. Gleich wieder weiter. Nach Ockersheim, warm geflogen. Samstag bis Sonntag, dann ist immer großes Brillantfeuerwerk. Wann ist das? Das müsste am Freitag sein, da müssen wir jetzt ins Programm reinschauen. Oder Donnerstag, ich glaube Donnerstag. Es gibt ja im Internet dann auch, da finden Sie alles, was das Herz begehrt, können Sie sich informieren. Ich bedanke mich ganz herzlich. Der liebe Robert muss jetzt auch gleich weiter. Der Mann geht ja, wie soll ich es richtig formulieren, auch einer anständigen Arbeit nach. Lieber Gastgeiger, danke, dass Sie die Zeit gefunden haben. Und Ihnen eine schöne Fahrt nach Dachau, wie gesagt, S-Bahn, nehmen Sie die S-Bahn. Dann können Sie ja auch eine oder zwei bei den Durst trinken. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche viel Vergnügen, bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang wurde Ihnen präsentiert von M-Plakat.